Hallo, römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge League of Legends. Ja, anstatt City Skylines ist viel gestern ja schon aus, das heißt, ähm, ja, damit jetzt nicht gar nichts kommt, kommt jetzt League of Legends. City Skylines kommt auch wieder, keine Angst, aber ich hab gerade keine Zeit zu produzieren, das werde ich erst morgen schaffen, beziehungsweise für euch halt heute. Und, ja, da dachte ich mir ein bisschen League of Legends, ich bin gerade in meinen Placement-Matches. Und, ja, ich spiele jetzt, glaube ich, das vierte, vierte Game, kann sein, glaube ich, möglicherweise, vielleicht. Und, bisher habe ich zwei gewonnen, eins verloren, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, auch mal mit einem anderen Mikro, und zwar mit dem Headset-Mikrofon, weil ich keinen Bock habe bei League of Legends das fette Studio-Mikrofon vor meiner Fresse zu haben. Und ich hoffe, das funktioniert alles so. Ich bin Nami, sehr geil. Ich liebe diesen Champion, ich weiß nicht wieso. Er ist supergeil. Und, ja, mein Antic ist Caitlyn. Wir haben Weigermittes, Lee Jungle und... Waaas? Okay, Mondo Top-Lane, wie es aussieht, haben wir eine Poppy als Support, oh fuck. Ich dachte, Poppy ist Pop-Lane. Poppy, war das was? Poppy ist Top-Lane, dachte ich. Upsi. Ähm. Ja, Gegner ADCs, Jinx. Poppy ist super, wie es aussieht. TF mit Jacks, Jungle und... Quinn of Top-Lane. Hätte ich jetzt mir denken können. Aber ich habe in der Champs-Select etc. noch überall alles eingestellt bei OBS. Meine FPS sind GG. Ohne Witz. Supergeil sind die FPS. Na gut. Ah, ich wollte schon sagen, meine Mausgeschwindigkeit ist so hochgestellt. Deswegen geht das hier so... so ab. Alles klar. Mal sehen, wie wir das Game spielen werden. Ich hoffe, es wird ein Win. Ja, auf jeden Fall ganz geil. Nice. Schönen Heal bekommen. Ups. Loy. Ich habe gekrittet. Ja, GG. 1% Crit-Rune. Supergeil. Ah, hier ist ja ein Water drin. Scheiße, stimmt. Mh. Okay, da musste ich flaschen. Da musste ich flaschen. Eieieiei. Ich habe total verpeilt, dass da drin stand. Ich weiß nicht, irgendwie... Hat das nicht so gewirkt. Egal, es ist Ewigkeiten her, dass ich LOL aufgenommen habe. Ich bin total nicht in der Konzentration dafür, irgendwie. Gleichzeitig zu zocken und so viel zu reden. Weil ich will nicht die ganze Zeit neben LOL-Part nur schweigen. Das ist komplett am Müll. Okay, schöner Heal. Ich gehe mal Warden. Ich hoffe, das geht alles mit dem Mikrofon-Quali, Alter. Ich habe eben eine kleine Testaufnahme gemacht. Vor ein paar Sekunden. Da war die Quali ganz in Ordnung. Ich musste gucken, wie ich das alles mit dem Sound anpasse, etc. Ja. Oh, ah, ii. Okay. Jetzt gerade pushen wir zu sehr. Für mich ist das zugepusht. Das war eine super Bubble. Ich bin... Alter. G, G, Eieiei. G, G. Exhaust hier. Oh Gott. Jax. Okay, Flash. Alter, Vater. Drei Leute fast gekillt gerade. War schon ganz geil. Oh, dass die Bubble nicht getroffen hat. Scheiße. Das wäre natürlich super geil gewesen. Ja, der Gank war echt GG. Okay. Bisschen Auditen. Extra Gold und so. Schon super. Manchmal Gold. Jetzt Crank-Passive. Ach ne, Because-Passive. Ich wollte gerade zeigen. Pab, Blitz-Krank. Da hatte ich gerade einen kleinen Lag. Mal wieder. Ich habe kaum noch Mana. Ich sollte meine Mana jetzt sparen. Und unbedingt gleich worden gehen. Super. Nein. Ich hatte... Ich habe nicht genug. Hier. Ah, die Trap war aber gut gesetzt von Jinx auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur 0 Mana. Ich kann das machen. Bisschen Farmen dabei. Ich gehe nach der Wave auf jeden Fall Base. Und... Können wir ein bisschen was. 1000 Gold. Okay, nach der Wave gehe ich nicht Base. Ich gehe jetzt Base. Och, Mann. Jinx kriegt halt... Kriegt halt noch um Länge mehr Farmen als... Dings gerade. Okay, nein. Ich dachte gerade, ich könnte vielleicht noch ein bisschen Jinx poken. Aber wenn Poppy noch dabei ist, auf keinen Fall. Okay, da ist ein Vision Mode. Den merke ich mir auf jeden Fall. Was könnte ich mit das? Ich will mir jetzt erst Redemption holen. Das heißt... Ich will halt noch genug Geld haben, um mir ein Vision Mode und... Na, einen Betrank musste ich mir gar nicht kaufen. GG. Kauf ich so. Keine Ahnung. Irgendwie klappt das schon. Hm. Okay. Ah, ich habe Red Trinket vergessen. Verdammt. Ich wusste irgendwas, habe ich gerade vergessen. Verdammt. Egal. Jinx hat einen Kill. Catelyn aber auch. Aber dafür... Naja. Oh Gott. Oh Gott. Meine Bubble. On Point. On Point. On Point. Ich habe mich gerade tot gesehen. Ich glaube nicht, der Flash war nötig, um den Kill zu holen und Hoppy. Aber... Ich weiß nicht. Irgendwie... Hatte ich so ein Urin, dass wenn ich es nicht usee, dann entkommt sie. Deswegen. Ich bin den Namen. Ich habe eigentlich einen ganz guten Escape. Also von daher... Dürfte es eigentlich... Kein Ding sein. Komm, 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 komm. Die alte Schrift. Popp die zumindest. Und Jackson. Nice. Okay, komm. Komm, 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 komm. Die haben wir auch. Die haben wir. Loll, was? Outtut. Okay, Jax ist weg. Alles klar. Wow, ich nehme definitiv zu viele Kills. Auch wenn das eben nur ein Outtut war. Aber egal. Naja, wir haben Jax bekommen und... Poppy. Ist halt total egal eigentlich, wenn Poppy so viel killen. Die ist im Late einfach trotzdem übel strong. Ich weiß nicht, wie sie als Supporter strong ist. Dafür habe ich sie zu selten als Supporter gesehen. Aber... Naja. Wäre denn wir dann ja sehen. Da kommt ein Jax. Oh Gott. Ich habe wenig Mana, Jinx. Ich habe wenig Mana. Äh, Caitlin. Was? Okay, Jax ist auch da. Gehe ich base? Eigentlich will ich nicht base gehen. Ja, komm. Die haben wir. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Aua! Mano. Kate, helf mir hier. Okay. Caitlyn! Ja, komm. Keine Mana. Oh, kacke. Shit, ich habe keine Mana. Ich habe keine Mana. Ich habe keine Mana. Ich habe keine Mana. Ich bin tot. Aaaaah! Shit. TF kam noch mit Ulti runter. Das habe ich nicht erwartet. Scheiße. Brauche ich meinen Trank aus? Wäre eigentlich ganz gut, ne? Aber erst mal das und das. Und dann kann ich mir meinen Trank eigentlich... Ah, ich brauche Schuhe. Ich brauche Schuhe. Und Red Trinket. Red Trinket. Red Trinket. Ja, alles gut. Weiger macht sich zu viele Sorgen. Oh, meine Kate hat aber auch nicht so gut Farben eigentlich. Wenn man mir überlegt. Hm, Dragon ist noch da. Wir müssen Dragon machen. Unbedingt. Ich muss jetzt noch schnell die Lane auspushen. Was ist ein Wort? Wir müssen Dragon machen. Ich gehe noch mit. Ja, weg, 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 weg. Einfach nur den Dragon machen. Dann ist alles fresh. Crash. Ja gut, ich meine... Oh, oh, Kate. Geh auf Jinx. Was?! Ist das getroffen? Wow. Wann ist dieser... Jacks da kam, Alter. Ist nicht seine Ernte. Manu! Manu! Und hier? Nein. Ich glaube, Poppy ist Base gegangen. Oh nein, da ist sie. Okay. Wo renne ich denn lang? Oh, scheiß Autorun. Das hasse ich. Andi is low. Oh wow. Wunder! Oh, super geil. Okay, dafür habe ich noch ein Sis bekommen. Hä? Ach, der Blue ist doch da. Cool. Ich will den Blue. Wieso bin ich wieder full life? Was? Oh Weiger. Oh Weiger. Oh Weiger. Oh Weiger. Alter Weiger. Den habe ich nicht. Was? Okay. Schade, schade Schokolade. Zack. Ich habe keine Wards. Ready. Shit. Oh Korke. Da kommt eine Quinn. Heieieiei. Dass der sich Base geportet hat, der Weiger. Was ist das? So dumm. Ah, ich bleibe schon hier. Oh Mann, oh Mann. Nein, ich wollte. Okay. 14, 10. Aber ich stehe eigentlich schlecht. Als Supporter. So 2, 1. 2 Kills haben ist halt echt bad. Als Supporter. Oh. Und ich habe halt nur 3 Sists. Oh Gott. Ich bin weg hier. Oh Gott. Oh Gott, hier ist ein TF. Was? Ich war gerade Weh-Jusen. Ich dachte mir so, warte ich jetzt mit der Wehe oder nicht und dann... Scheiße. Ich sollte meine Spells nicht so... Nicht wasten. Ist definitiv nicht vom Vorteil. Ich baue jetzt meinen Trank erstmal aus. Die Mana ist ganz praktisch. Ich mache erstmal das. Würde ich mir als nächstes auf jeden Fall erstmal Boots kaufen. Boots auf jeden Fall. Oh Gott, Weiger. Oh Gott, Weiger. Er flasht. Eine Stuncard. Was? Okay, das war bad. Das war bad. Der hat Flash um einiges früher usen müssen. Mmmh. Eieieiei. Drang kommt eh bald. Gucken, hier ist kein Wort. Alles klar. Ja, die haben wir. Alles klar. Ich wollte gerade noch Weh-Jusen, aber ich dachte mir so, nee, der Mundo kriegt den mit dem Beil. Aber zur Not hätte ich eine Q gehabt. Äh, weh. Weh, nicht Q. Alter, ist die fast. What the fuck? Jinx, Jinx. Oh, lol, hier ist Poppy. Oh, lol, hier ist Poppy. Komm ich nicht an. Nein! Jetzt aber. Heiliger. Na weg, 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 weg. Das TF genau. Oh Gott, oh Gott. Hm, hm. Wieso flash ich über sowas? Warum waste ich da ne Flash? Anstatt zu leave-flash und ihn zu assisten? Nein. Ich flash natürlich total dumm in die Richtung. Was ist das? Ah. Ich war schon mal besser. Ohne Witz. Hm, ja. Aua. Okay, jetzt. Yeah, I'm getting speedy boots. Okay. Ja, Mundo. Wäre halt echt nützlich, meinem Fight dabei zu haben. Meine Nase schon wieder zu immer, wenn ich aufnehmen. Was ist das? Das ist doch behindert. Aber Jax war halt auch gerade in dem Fight nicht dabei, ne? Aber... Ah. Weigert sich halt catchen lassen. Weil auch wieder so dumm. Über einen dumm Flash müssen wir nicht noch mal reden. Nein. Dass der scheiße war, weiß jeder. Alter. Ich hätte über die Wall flashen sollen, zu Lee Sin. Das wäre um einiges besser gewesen. Natürlich hast du Zeit, um er zu drücken. Was ist denn mit dir? Man weiger. Let's group top. Hier ist Dings, hier ist Dings, hier ist Dings. Poppy, Poppy, Poppy. Ha! Super. Ich wäre so oder so gestorben. So oder so. Dann kann ich jedenfalls die Kehl noch mitnehmen. Alter, was ist das? Wir sind total bad. Das ist echt scheiße. Wo ist Walga denn gewesen? War der schon wieder tot? Oh, ich kann nicht mitbekommen. Wann ist der Typ denn bitte gestorben? Wann ist der Typ denn bitte gestorben? Ah. Ja, was hat die Kehl denn auch hier zu suchen, wenn wir hier sind? Das ist total dumm. Oh Mann. Ja. Ja. Irgendwie lässt es sich gerade ein bisschen anders steuern. Ich habe das Gefühl... Oh Gott, oh Gott. Oh, was eine geile... Oh, was eine geile... Okay. Oh, Papa, das Jinx, das Jinx, das Jinx. Und Poppy. Feiger. Okay, super, super. Na ja, okay. Oh, Walga. Shit. Was? Die haben da... What? Okay, alles klar. Okay, ich hätte flashen sollen. Warum waste ich sowas? Nicht. Nein, nicht. Es ist dumm. Was ein dummes Game, ey. Wir laufen halt nicht wirklich im Team. Weiger ist halt nicht bei uns. Ist halt total... Total... Ja, GG. Und das war dumm, Caitlin. Wer sie einfach im Busch geblieben, hätte gewartet, hätte sie dann rüber geäht, dann wäre alles gut gewesen. Dann wäre alles gut gewesen. Und 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 dann wäre alles gut gewesen. Okay. Ja, wir sind hier gerade zu dritt und wir machen eigentlich ganz gut was. So ist es nicht. Alles klar. Zack. Wieso treffe ich sowas nicht? Alter, ist die Fast. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Die machen Dragon. Und Lige lässt sich catchen. Das ist so ein Shit. So ein Scheiß ist das. Was ist das, ey? Ich kann es nicht wissen. Ich wollte nur ein kurzes Game aufnehmen. Shit. Geht auf, danke. Jetzt auf ihn. Super. Catelyn Speed. Heal. Lässt nicht noch mehr Speed. Keine Ahnung. Irgendwas. Oh, komm, komm, komm. Was? Ja, das war ein super TP von Dings. Super gemacht von Weiger. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Ja, Baron ist eine super Idee. Oh ja, Baron. Oh. Baron ist die beste Idee, wie die wir es machen können, glaube ich. Ich meine, es waren zwei Leute von dem Tod. Okay, super geil. Baron ist super. Ja, Mann. Einfach Base gehen. Einfach Base gehen. Einfach Base. Neues Item. Ah. Ja, ich muss ihn eh verkaufen. Kann ich das hier verbessern? Und ich hole mir den Realize. Ja, woher habe ich die ganze Rüstung? Es gibt mir hier noch Rüstung. Es gibt doch nur... 60 Rüstung, standardmäßig? Ja, ich habe keine Magic Reasy. In den Ruhen, glaube ich. So, jetzt müssen wir all mit, Alter. Jinx Botlane. Das können wir so easy machen. Lauf. Okay. Ich komme nicht an. Oh, leu. Oh, leu. Ich hatte... Oh, leu. Alter, Vater. Jinx Damage. Heavy. Habe ich jetzt nicht gewartet, aber drei Kills. Super geil für Catelyn. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, den Tower können sie machen. Auf jeden Fall. Danach müssten sie eigentlich Base gehen. Auf TF lebt. Nein, die müssen nicht Base gehen. Sie sollten nur nicht ohne Minions weiter pushen. Ai, ai, ai. Catelyn kriegt Damage, aber übel von TF. Scheiß die Wand dann. Oh, Gott, Lee. Heu, 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 heu. Wir waren da. Ich glaube, Jinx war da. Nee, Poppys da oben. Ja, Jinx war da. Nee, Quinn. Okay. Irgendwer. Was macht denn Catelyn? Was soll das denn? Ach, Gottchen. Warum mache ich das? Egal. So, hier ist ein Ward drin. Den will ich haben. Sind hier noch irgendwo irgendwelche Wards? Nein, alles klar. Ja, wir hatten keine Minions. Das war total dumm. Immerhin haben wir ein Tor gekriegt. Ah, Quinn ist da, Quinn ist da, Quinn ist da. Ich hätte eben schilden können, ne? Scheiße. Die Ulti trifft nicht. Als ob, ey. Als ob, komm. Wo ist denn unser restliches Team? Wo sind die denn? Oh Gott. Ist geslouert. Super. Haben wir alle? Nee, Jinx leben noch. Scheiße, stimmt. Die hatten wir nicht bekommen. Hä, warte mal. Was ist denn? Hä? Wo sind denn die anderen alle? Hin. Also ich meine, wie ist unser... Wieso war Weigern nicht da? Wieso war Mundo nicht da? Wo waren die gerade alle? Macht ihr das wirklich? Okay. Alles klar. Alles klar. Wir haben... In-Hip und einen Tower bekommen. Einen Open-In-Hip haben die jetzt. Alles klar. Uiuiuiui. Oh Gott. Was ist da drin? Okay, nicht mehr. Alles klar. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein Game, ey. Das ist ein Game, ey. Hm. Ha. Okay. Das war ja mal... GG gerade. Oh, Jinx ist halt übel heavy. Komm schon. Komm her jetzt. Bubble. Jinx lebt halt immer noch. Das ist total problematisch. Okay, super. Okay, super. Sehr gut. Okay, okay. Wie hab ich... Wieso mach ich denn immer Out-Hit-Kills? Was ist das? Aber wir können enden. Wir können enden. Wir können enden. Gebabbelt. Einfach den angreifen, Lee. Ja. Oh, GG. Geiles Game. Schönes, schönes Game. Puh. Da würde ich sagen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann ab morgen wieder bei City Skylines wieder. Und ich hab meinen dritten Win. Super. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was hab ich? A plus. Ja, ist okay. Oder hab ich... Hab ich... Hab ich... Vier Spiele, ja. Drei Siege. Super. Gut, Leute. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.